Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play, Let's Test, Let's Angespielt, Let's Karriere oder was auch immer, Dealers Live. Ich bin euer Drante Baki und ich freue mich jedes Mal wieder für euch da zu sein. Und wir starten gleich in neuen Tag, Woche 2, Tag 7, letzter Tag von der Woche. Bei Budget haben wir 4.568 Dollar und ein Lager voller Schätze. Ein Kunde. Hi mein Freund. Lass mich sehen. Mit johlen infizierte Truhe hergestellt. Ungewöhnlich schlecht. Lass uns verhandeln. Dann erscheint, als hättest du nicht genug Platz in deinem Lager. Du musst deinen Gegenstand verkaufen oder wegwerfen, bevor du wieder einen kaufen kannst. Ich werfe nichts weg. Nein, nein. So, wir haben ein... Was? Ein Salto von... 3.389 Dollar. Ähm. 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 Ist das... Ist das... Wäre das... Ist das... Ist das... Ist das... Wäre das... Ist das... Ist das... Unser Untergang? Heustau... Oathau 3 hat gerade danach für verzierte Rüstung beendet. Der neue geschätzte Wert liegt bei 2.5. Ne, jetzt bin ich immer noch voll bloß, oder? So. Hm. Die hier. Die hier. 6 und 3. Jö. Wir haben eben noch ein Plus, also ich weiß nicht, ob das Minus wirklich richtig war, oder wir wirklich im Minus sind. Aber, äh... So. Dann wollen wir mal Sachen verkaufen. Hallo, ich bin Babe. Ich überlege mir, ob ich dieses Schmuckstück kaufen soll. Äh. Diese Knochenstatue. Was zahlst du denn? 320. Machen wir... 380. Ich bin mir nicht sicher. Das ist großartig. Danke. Schnäppchen gemacht, ne? So. Das war ein schneller Tag. Wir gehen gleich in den nächsten Tag rein. Oh, der will wahrscheinlich was verkaufen. Ne, kaufen. Hi, mein Name. Nein. Man nennt mich auch Richard. Und ich muss unbedingt dieses Objekt kaufen. Rüstung. Äh. 2,8. Forget it. Das wird mindestens 3,5. Ich versuche wirklich dir entgegenzukommen, aber du denkst ja nicht mal daran. Ich gehe. Ey, Mann. Mein Name ist Denver. Lass, ich überlege mir, ob ich dieses Stück dort drüben kaufen soll. Ich habe genug Geld. Einmal die alte Medaille. Lass uns verhandeln. 3,3. 4,2. 4,2. 4,2. So viel. Ich denke an 3,57. Ich denke an 4,50. Lass mich nachdenken. Das ist großartig. Danke. Du hast der Volker einen Deal für 4,050 gemacht. Na. Wir haben einen Gewinn gemacht. Sind wieder bei 8,000 oben. So schnell kann es gehen. So schnell ein verlorenes Auto. Oh. Es wurde zwei Freunde gesichtet, die durch die Vorstadt laufen und jeden. Ey, Mann. Wo ist mein Auto? Fragen. Ja, also wer das Auto von diesen zwei Freunden gefunden hat oder weiß, wo es steht. In die Kommentare. Ich werde es dann weiterleiten. Frieden. Leider unserer Präsident wurde heute ein Friedensabkommen mit. Ach. Stotzka. Unterzeigen. Das ist sehr gut gelaufen, sagte er. Wir haben alle ein Dokument unterschrieben, um Stotzka mittels Krieg zum Frieden zu gezwingen. Liebe Entwickler. Ich frage mich schon, warum das hier solche Easter Eggs reinbaut. Stotzka ist von Papers, Please. Und. Der ehemalige Premiere sagt in einem Interview, dass er nie schmutzige Gedanken über Frauen gehabt hat. Und das hier. Ey Mann, wo ist mein Auto? Das kommt vom Film. Ey Mann, wo ist mein Auto? Habt ihr wirklich die Lizenz, um die Sachen da rein zu machen? Sagt mal, das ist ja voll die Easter Eggs drin. Das ist. Beängstigt. Okay. Ey, was leidt. Ich bin. Treadens. Ja, ich habe etwas einzigartiges bekommen. Und ich glaube, dass es sehr interessant ist. Glaubst du nicht auch? Für vierte Vase. Schade, dass man die Sachen nicht drehen kann, wollte ich sagen. Aber. Ja. Ist. Okay. Jetzt komme ich gleich gar nicht mehr raus. Warum? Hä? Wieso habe ich denn diese Sachen? Hä? Moment. Ich habe hier. Ach so. Ja, ich habe bei Facebook jetzt plötzlich irgendwie Steam offen gehabt. Habe ich nicht so verstanden. Hallo, mein Name ist Daniel Gonzalez. Ich würde gerne dieses Schmuckstück kaufen. Was willst du denn? Diese Uhr. Was zahlst du denn? Ja, da brauche ich schon mindestens 3,850. Hey, denkst du, ich bin dumm? Hör mir mal zu. Wie wäre es mit 6? Nee, 3,4. 3,400 brauche ich. Lass mich nachdenken. Nein, danke. Das war's. Mal sagen. Oh. Oh. Ich bin auch noch. F-f-f-f-f-f-fatzar. Ich habe hier etwas. Ich brauche das Geld. Comic-Heft hergestellt. Gewöhnlich. Schrecklich. Ich gebe dir 25. Nimmst du das überhaupt? Ja, ich sage 58. Und ich sage 30. Also, dein Angebot ist wirklich nicht fair. Ich werde es nicht annehmen. Ich gehe jetzt. Dann putze es und mache es wieder sauber. Und dann könnte es vielleicht gehen. So. Episch. Schlecht. Was willst du denn? 300 ist mein Preis. 150 Miner. Ich weiß nicht. Dein Angebot ist wirklich nicht fair. Ich werde es nicht annehmen. Ich denke, dass ich jetzt wohl besser gehe. Ja gut. Kein Verlust und kein Gewinn. So sollte das doch eigentlich sein. Tattoos. Zwei Freunde streckten sich über ihren Tattoos. Zeugen hörten sie so ein. Dude. Lies mal mein Tattoo. Und sweet. Und meins? Dude. Okay. Eindeutig. Ey Mann. Wo ist mein Auto? Vom Film. Wer den Film gesehen hat, der kommt raus. Obo ist dann bombardiert. Damit beginnt der Krieg gegen Astrotzka, den unser Präsident gerade erklärt hat. Der Pressesprecher des Präsidenten sagte, es kam heraus, dass die Raketen in die falsche Richtung flogen. Papers, please. Gefälschter Ausweis. Ortsansässige namens Georgie verhaftet wegen wiederholten Versuch, Pässe zu fälschen. Oh Gott, liebe Entwickler. Nein, das ist ja Diebstahl, was ihr hier verbreitet. Ich muss mal echt schauen, ob die Hersteller von diesem Spiel die gleichen sind wie Papers, Please. Das Video, das Zeug ist. Georgie, ne? Papers, please. Das Spiel müsst ihr unbedingt spielen. Willkommen, 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 Willkommen zu Last Week Today von Gianni Oliver, Oliviero. Oh, schlechtes Ereignis. Ein weiteres amazonischer Stamm ist für immer verloren, weil man ihn damit beauftragt hat, Paul Kammon im tiefen Wald zu spielen. Okay. Frieden. Laut unseres Präsidenten wurde heute ein Friedensabkommen mit Astrotzka unterzeichnet. Es ist sehr gut gelaufen, sagt er. Wir haben alle ein Dokument unterschrieben, um Astrotzka mittels Krieg zum Frieden zu zwingen. Drum auch bombardiert, ne? Spiel schlecht verlaufen. Rangeleien im lokalen Stadion, wo eine Kuh in den Farben des Siegerteams aufs Spielfeld kam. Okay. Das Spiel ist einfach sowas von grandios. So. Wollen wir mal schauen. Wir müssen unbedingt Geld machen. Ich bin Paulette Rossevelt. Ich will dieses Schmuckstück kaufen. Ich will es wirklich. Eine Uhr. Mit dem Sparschwein. Also ich brauche schon mindestens 3000. Weil so viel, ich sage, nee, das Ganze wird hier schon auf 2,8 geschätzt. Äh, 2,59. Du sagst 9. Ich sage, okay, dann sage ich 2,9, 0. Ich höre mir mal gut so. Ich würde eher sagen, okay, treffen wir uns in der Mitte und sagen wir 850. Hm, okay, abgemacht. Ja. 50 gewonnen vom Schätzungspreis. Gut, 11.000 haben wir wieder. Restaurateur-Trey hat gerade den Auftrag für Bronze-Medaille beendet. Der neue geschätzte Wert liegt bei unbekannt. Kaufe bei Auktionen. Habe ich Platz? Ja. Verpasse nicht die Chance, unbezahlbare Schätze zu kaufen. Wir haben 3 Gegenstände in unserer Auktion. Diese Woche lässt sicher, dass du genug Platz in deinem Lager hast, bevor du teilnimmst. Teilnehmen. Alte Lampe. Hergestellt seltenheit selten. Zustand schlecht. Alles verziertes Buch. Hergestellt selten schrecklich. Geschätzter Betrag. Antikes Dokument. 2,4. Start. Verbleibende Zeit. Okay. Hm. 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 Okay, wir haben's. 2,4. So. 2,4. Oh. Okay. 2,4. Ja. Oh Mann. Mistkeit. So, komm. 2,9. Ja wunderbar. Wenn wir das restaurieren. Der hat das ja. Der ist ja jetzt. Fertig. Der hat das schon. Okay. Du machst das schon. Du machst das schon. Ja. 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 Komm. Wie die Leute ausschauen. Hi. Man nennt mich Landon. Tobolowski. Und ich bin hier für dieses Objekt. Ich habe Geld. Lass mal sehen. Altes verziertes Buch. 970 gezahlt. Machen wir mal 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ich behandle mich nicht wie einen Idioten. Ich denke an 1.002. Ich an 1.850. Lass mich nachdenken. Wir sind immer noch nicht dort. Tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich dein Angebot annehmen werde. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tja. Hey man, meine Freund nennen mich Lorraine Neville und ich habe gerade dieses Stück dort drüben gesehen. Was hast du denn? Das Buch. Äh, ist mein Preis. Eigentlich nicht schlecht, ne? Aber wir versuchen trotzdem noch ein bisschen mehr. Verarsch du mich? Das Beste, was ich tun kann, sind 2,50. Ach komm, 2,50 geht auch noch, oder? Lass mich nachdenken. Okay, wunderbar. Keine Ahnung, wie viel das geschätzt wurde für dieses Buch, aber egal. Ey, was lebt? Mein Freund nennt mich Melanie Noah und ich will dieses Schmuckstück kaufen. Du solltest dir überlegen, es mir zu verkaufen. Ungewöhnlich. 2,55 ist geschätzt. Ähm, 3,850. Warte kurz, das ist eine Fälschung. Du kannst dir sicher sein, dass Leute hiervon erfahren werden. Ich gehe jetzt. Das ist eine Fälschung. Ey, was lebt? Man nennt mich Harry Barry. Ich überlege mir, ob ich dieses Stück dort... Hm, 230, ne? Was zahlst du denn? Ähm, 350? 270? Hm. Ich versuche wirklich dir entgegengekommen, aber du denkst dir nicht mal daran, ich wünsche dir noch... Du hast gar nicht gehandelt. Mein Gott. Das ist eine Fälschung. Bist du dir sicher, dass du den Gegenschein, das er scheinbar ist? Du wirst ihn für immer tun. Ich wusste ja nicht, dass es eine Fälschung ist. Woher soll ich denn das auch wissen? Neue Sichtweise. Wissenschaftler sagen, dass es, was gesehen wurde, nicht ungesehen sein kann. Tragischer Unfall. Unfall auf der Autobahn. Ein LKW wurde von einem anderen Auto gerammt und verlor seine Ladung, wodurch über 9,5 Exemplare der bekannten DVD Draconian Ball Z auf der Straße landeten. Okay. Da sieht man, dass sie keine Rechte hatten. So. Okay. Gut. Machen wir noch eine? Ja, komm. Wir machen noch eine. Nur so können wir Geld verdienen. Momentan sind wir im Plus, ne? Ey, man nennt mich auch Bird Farm. Ich habe gerade etwas Wertvolles erhalten. Ich bin mir sicher. Ein Spiel Donkey Kong Spiel. Ne, 2015. Donkey Kong 2015 raus. Das ist mir neu. Jo. Seltenheit. Gewöhnlich. Sehr guter Zustand. Was, 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 was. 120. War ernsthaft? Ich denke an 174. Okay, 100. 100. 144. 44 Hör mir mal gut zu, ich würde eher sagen 162 Hör du mir mal gut zu, ich würde mal eher sagen 155 Du sagst 154, ich sag auch 160, das ist mein letztes Angebot Gut, auch nicht schlecht Guten Morgen, meine Freunde nennen mich Really Abruzzi und ich habe gerade dieses Schmuckstück gesehen Ich hab noch keine Sitzung! Aber sehr guter Zustand Ich warne dich, ich werde nicht zu weit von meinem Angebot von Abweichen 1750 Nimmst du das überhaupt ernst? Ich sage 1280 Nimmst du das ganze ernst? Ich sage 2550 Was? Komm schon, ich denke an 1004 Ich denke an 1005 Also, wir sind immer noch nicht dort Tut mir leid, ich glaube nicht, dass wir jetzt waren Naja Ich lasse doch nicht alles so einfach für Schokobobos verkaufen Ähm Lagerversteigerung Das machen wir doch mal schnell Lagerversteigerung Anfänger Anfänger Sicherheitssystem Ich bin kein Neuling Ich habe Aber ich weiß nicht, wie ich die Sicherheit vom Laden updaten kann Okay Da sind wir noch weit, weit weg Oh, jetzt habe ich noch einen Tag gestartet Der hat einen Hund verloren Wieso rauchst du hier drin? Es ist Rauchverbot Hey Mann, ich bin Leila Ich bin hier für dieses Objekt Okay, was zahlst du? 9005 Was? Ich bin mir nicht sicher Ich versuche wirklich dir entgegen zu kommen Das war's Ich kann doch nicht alles einfach so verhökern Ich bin Soul Mayors Und ich will diesen Schmuckstück kaufen Dann hör auf zu rauchen Oh Ähm 300 Also Okay Ich will nicht zu hoch reinsteigen bei so einem Spiel Guten Morgen Ich bin Dory Tina da Und ich sah dieses Schmuckstück Ich wette, du willst es mir verkaufen Antikes Dokument Selten Was zahlst du denn? Ähm 300 Ähm 3850 Verarsch du mich? Ich denke, wäre ein besseres Angebot Ja gut Weil du bist 3 350 Also Wir sind immer noch nicht dort Ja Äh Ja 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 Also gut So Wir haben ein Plus von 2434 gemacht Das ist doch mal Top So Liebe Freunde Das war's Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ähm Viel Spaß beim Dealen Viel Spaß beim Feilchen Viel Spaß beim Handeln Viel Spaß beim Kaufen und Verkaufen Bei Deals Live Ich bin Euer Trantobaki Und auf dem Weg Den härtesten Und Besten Pfandleiher Des Internets zu werden Von Youtube Danke Ciao